Lange Zeit galten Stefanie Hertel und Lenny Lanner als absolutes Traumpaar in der deutschen Schlagerwelt. Doch nun folgt überraschend die Trennung. Monatelang kursierten Gerüchte um eine angebliche Krise bei Stefanie Hertel und ihrem Mann Lenny. Nun scheinen die Befürchtungen, zumindest teilweise, wahr geworden zu sein. Eine unerwartete Trennung schockiert alle. Lenny macht ohne Stefanie weiter, dafür mit ihrer Tochter. Folgt nun das bittere Ehe aus? Stefanie Hertel und Lenny Lanner – Ist das Ehe-Glück-Geschichte? Wo ist Stefanie Hertel? Das fragten sich die Fans während eines Auftritts von More Fan Words, der Familienband der Schlagersängerin. Tochter Johanna und Ehemann Lenny standen ohne die 44-Jährige im Europapark in Rust, Baden-Württemberg, auf der Bühne. Wurde die Sängerin kurzfristig krank? Nein, andere Termine nahm Stefanie Hertel fröhlich wahr. Lenny machte einfach ohne sie weiter, gemeinsam mit ihrer Tochter. Als der Musiker später gefragt wurde, was los sei, schwieg er. Kein gutes Zeichen. Das findet auch ein Fan. Im Internet schreibt er, die sind getrennt. Tatsächlich deutet immer mehr darauf hin, dass die beiden vor den Trümmern ihrer Ehe stehen. Nachdem Stefanie eine Gastrolle im Mama Mia Musical in Hamburg abstaubte und dort sogar zeitweise alleine wohnte, wird sie im November wieder dorthin zurückkehren. Alleine. Auch andere Termine der Sängerin finden ohne Erwähnung ihres Ehemanns statt. Anlässlich ihrer märchenhafte Weihnachten-Tour wird Stefanie mit Papa Eberhard auftreten und mit DJ Ötzi wird sie erstmals eine TV-Weihnachtsshow moderieren. Im kommenden Frühjahr wurde sie als Solo-Künstlerin für eine Schlager-Kreuzfahrt gebucht. Scheint, als plane die Wuchtländerin bereits ein Leben ohne ihren Ehemann. Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Scheidung folgt? Scheint, als plane die Wuchtländerin bereits ein Leben ohne Erwähnung.